Ah, kann man immer gebrauchen. Wenn es denn mal an die nie drauf war, warum nicht? Brauche ich nicht. Oh, das ist ein Lieblingsbescher. auch misst ich wollte das leuchtfeuer in grad eigentlich noch nicht mal ein zündlich video na guter night die meisten items werde einfach liegen lassen was zu riskant ist jedes mal die zu holen sonst muss ich jetzt mal wieder vom bomb war schön dass ich dann immer alles repariert ist aber und ich muss sowieso mal versuchen metallen Vielen Dank. Whoa, whoa, whoa. Oh, ich hasse diese Viecher. 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 Perfekt. Oh, wer ist der hier schon? Scheiße. Oh, wer ist das? Oh, wer ist das? Oh, wer ist das? Von der linken Seite. Von der linken Seite. Oh, wer ist das? Oh, wer ist das? Das ist ein Hut da. Entschuldigung. Zurück. Zurück. Das Bonnfeier noch haben. Wir sind mit dem Augen. 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 Und wir sind mit dem Augen. Wir sind mit dem Augen. Okay. 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 Ich bin ein... Ich habe ein... Motherfinger. Ich will einen... Ich kann... Und ich kann... Wenn ich jetzt umgebracht werde, dann lache ich mit. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Neben. Wieso kommt die Skelette nicht einfach zuerst? Verdammt! Wieso kommt das? Wieso kommt das?